Okay, merke ich mir. Sonst ärgerst du dich voll. Ich hab das Level normal gespielt, weil ich ihn in den Kopf geschossen hab. Oh geil, ja geil. Jemen oder Meltdown. Hm, die eine Karte ist scheiße, die andere hatten wir eben gerade. Toll. Wunderbar, freu ich mich erst. Hell yeah. Ja, da müssen wir Karte geheim. Ah, hab ich schon gemaaacht. Ratzthal hat begonnen, Sio de Black Ops 2 zu spielen. Einfach mal mit rausgehen und mit Ratzthal spielen? Könnten wir auch. Ja, warum nicht? Perfekt. Ups, jetzt hab ich Lobby und Party verlassen gemacht. Hm, ich geh dann auch mal raus. Wo ist er denn? Er ist gar nicht da. Doch, da ist er. Aber ich kann ihm nicht beitreten. Sag nicht. Egal, warte mal. Ich trete Affekummer bei. Jawoll. Schnell hinterher. Ich hab den Kerl nicht in meiner Dingens drinne. Ja, dann tritt mir doch jetzt bei. Na warte, ich guck erstmal, ob ich dich überhaupt befinde, weil bei mir wird es nicht angezeigt. Aha. Drück mir jetzt bei. An der Party. Laufender Sitzung beitreten. Sitzungsbeitritt. Hey, ich bin da. Cool. Jawoll. Mal gucken, ob er mich gleich anschreibt. Ich wette, er schreibt mich an. Oh, er hat mich noch nicht angeschrieben. Ich hab bei Affenkummer eben gerade in dem Clan-Tag Aids gelesen. Nee, ADS hat er, glaub ich. Ja, harter. Aids. Oh, yes. Die nächsten 20 Minuten nehm ich schon auf hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich guck derweil mal, was ich hier so hab. Warte mal. Klasseneditor. Nein, nicht, glaub ich verlass... Ich kann meinen Klasseneditor... Warum kann ich meinen Klasseneditor? Egal. Kaserne. Was haben wir denn hier so schönes? Ich hab auch ein cooles Logo, ne? Ey, ich hab das beste Stinktier der Welt gemacht, Alter. Bäh. Dann hab ich glaub ich noch das TGN-Logo hab ich auch noch gemacht, aber... Das ist mir irgendwie nicht ganz so gelungen. Außerdem ist man stinktier tausendmal geiler. Ja, dann stinktier ist geil. Warte mal. Ich hab ne Idee. Ich mach jetzt als Clan-Tag... Affe. Das ist eine unterschwellige Nachricht. Affe. Warte mal. Man kann auch Kleinbuchstaben machen. Seit wann das denn? Ähm... Seit Black Ops 2. Oh, cool. Affe. Hast du Probleme mit Affen? Affe Skunky und Affe Kummer. Nur du bist halt voll der Außenseiter. Ja, Mann. Voll. Mann, der soll hin und machen. Vielleicht ist er grad aufm Klo. Im Arsch. Ha, Arsch. Klo. Lustig. Witzig, witzig. Ha, ich kenn kurz. Soll hin und machen jetzt! Wie schnell ist es? Oh maaaannn! Was? YouTube? Was? Geh mal auf... Fuck! Ich wollt grad sagen, Geh mal auf Optionen, aber geht jetzt nicht mehr. Klasseneditor. Klasseneditor. Klingt doch gut, wem. Karten kann ich auch irgendwie nicht laden, ich weiß auch nicht warum. Ach doch, Stand-Off finde ich eigentlich... Doch, sind eigentlich beide ganz okay. Lass mal Stand-Off machen. Ja, kein Problem. Okay, kannst du vergessen, wir verlieren. Slums! Mainstream! Wuuu! Wenn du auf Optionen gehst, steht da YouTube trennen. Bin ich mit YouTube verb... Hä? Wie? Inwiefern bist du mit... hä? Muss man googeln. Kann man nicht über YouTube streamen, aber eigentlich müsste ich mich doch dafür erst mit YouTube verbinden, oder? Ja, eigentlich schon. Also, ich wüsste nicht, dass ich das schon gemacht hab. Oder das ist auch damals von Black Ops. Ich hab das damals bei Black Ops gemacht, damit ich halt meine Mini-Clips da hochladen konnte, als ich noch... No! Echt jetzt? Oh... Egal, egal, wir sind noch drin, das ist gut. Kaserne, und wo soll ich hier drauf gehen? Du Nutte! Echt jetzt? Was für ein Arsch. Warte, ich gucke, ob ich jetzt mal mittlerweile beitreten kann. Kannst du, glaub ich nicht. Ich glaub's auch nicht. Jetzt ist er mir beigetreten. Kannst du mir jetzt beitreten? Ich bezweifle es. Ich bin aber noch im... Ähm, warte, 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 warte... Ähm, nochmal beitreten. Sitzungsbeitritt. Also, wer ist hier beigetreten? Ratztal, oder wer? Beide. Beide. Kannst du beitreten? Dann probier ich's mal bei Ratztal. Das wird nichts ändern, es geht darum, wer die Dings leitet. Ja, aber bei Affenkummer kann ich nicht, aber ich kann hier so nicht beitreten. Kannst du nicht? Also, zumindest nicht im Dingens. Ich... Ähm, guck nochmal. Über Xbox... Ding? Ja, wenn's nicht geht, dann kannst du vergessen. Zack. Xbox Live, ich tritt jetzt Affenkummer bei. Bereite zu laufen, ist jetzt nicht möglich. Warte, warte. So, tritt bei. Schnell. 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 Die fangen ohne dich an. Gut. Vielleicht denken sie auch, dass du einfach dazu joinst. Und die wollen nicht rausschmeißen, weil sie dich nicht kennen. Kann ja du ja auch sein, ich meine, ich weiß es ja nicht. Ich hab Ratztal in meiner Freundesliste. Aber dann, ja, weil ja nicht kennt er dich. Guck mal, da ist Harry Jordan. Hehehehe. Oh, geil. Hijacked. Ich will hijacked. Hijacked! Äh, ich... Ich hab zwar noch nie mit ihm gesprochen, aber... Hijacked! Ich hab ihn abonniert. Mir doch egal. Hijacked. Mach hinne. Hab ich doch schon. Ich hab die MSMC... Nein! Ich hab keine Freischalltokens mehr. Nein! Willst du meine haben? Nein. Ich bin auf deine Albums nicht eingewiesen. Stimmt. Ich will hijacked spielen. Nein! Jemen! Ey, Mann! Ihr Nutten! Alles abgefuckte Fotzen! Och, die Spieler noch Herrschaft seh ich grad. Ich hasse Herrschaft. Ja, ich weiß. Deswegen, ja. Insel Socotra, Republik Jemen. Ja, juck mich n' Scheiß. Wie lange herrscht da bitte Krieg, Alter? Alle 5 Minuten bricht ein neuer Krieg aus. Immer auf dem gleichen Areal. Die gleichen 2 Meter da. Reichssack ist umgefallen. Krieg! Ich hab... Warte, wo bin ich? Fuck! Ich bin der einzige mit einer 3-Bar-Verbindung. Wollt ihr mich verarschen? Wieso habt ihr alle 4 Bar und nur ich hab 3? Alter! Das können! Ich hab 2! Ich hab... Alles hat ein Ende. Nur hat... Nur die Wurst hat 3. Drei? Zwei... Ja. Ich ess radioaktive Würste. Weil da hat man mehr von. Ja, du bist so ein... Richtiger Wurst-Fanatiker, ne? Oh Gott! Nein, hat B. Ich schnapp mir A, wenn ich's überlebe. Hab's überlebt. Ich überleb's nicht. Komm schon! Bravo wird gesichert. Yes! Er ist einfach gesport, Mann! Wieso darf der sowas? Oh, das bist du, das ist Affe. Er ist, äh, VIP. Er ist, äh, VIP. Er ist VIP. Affo und Snipern, Quatsch. Bravo ist abgesichert. Jetzt Snipern, dann. Äh, ich glaub immer eben... Nein! Ha! Ich versuch mal eben A zu klauen. Bin auf A, bitte helft mir. Nicht zur Granate hinspringen! Boah! Send help! Send help! Rettet mich! Mann, ey! Kommen die jetzt mal alle klar, ey? Awesome! Wo sind denn gerade alle? Na, hau, das ist hier hinten. Okay. Mal gucken, vielleicht krieg ich ein paar. Yes! Einer! Das ist, äh, das ist... Hau, 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 das ist... Disappointing. Oh. Verbründete Drohne nähert sich. B wird gesichert. Ich mag die Pfahl irgendwie. Ich kann hier voll gut mit der Pfahl spielen. Warum auch immer. Oh, wir haben schon ein A. Leute, ist nicht gekommen. Ich hab A eingesammelt. Schön, so dank ihr es mir, wa? Da ist übrigens einer bei dir, ne? Oder? Ja. Und wo kommt er? Von Dingens. Von rechts. Hallo. Der hat sich verpisst? Ernsthaft? Sein. Warte, ne feindliche Drohne hat er gesagt? Oder ne freundliche? Ne freundliche, das war ich. Ach, scheiße. Ich will feindliche haben. Ich will... Ich hab extra diese scheiß... Dinger... Oh, die gehen auf B. Äh, auf A. Ah. Ah, warte, ich bin bei dir. Ihr scheiß dick. Ah, beide. Wenn du das schon alle umgebracht hast. Ja. Noch ne Drohne. Yay. Schon alle umgebracht. Gib's zu, du hast mich. Nein. Ich liebe dich. Wie ein Bruder. Nur noch enger verbunden. Weil ich nix box live. Genau. Mein Bruder hat keiner. Der wird sich auch so gut. Funktioniert, ne? Ja. Ist echt so. Mhm. Uh, jetzt kommen mal viele da, oder? Ja. Ja. Von da kommen sie jetzt. So. Wir verlieren Alpha. Ich bin bisher noch keinmal gestorben. Leck mich fett. Cool. Was geht bei dir, man? Ich sterbe gleich. 100 pro sterbe ich gleich. Warte. Wir haben Alpha. Oh, fuck. Warte. Mach so ein bisschen. Oh. Fuck. Da sind welche. Da sind ein Haufen. Bleib da bloß. Weg. Oh, oh. 12 zu 5. Was geht man? Sind das alles Loser? Oder bin ich heute besser? Der Typ war dämlich, Alter. Ich mach Dauerfeuer. Er geht einfach durch die Tür. Obwohl er weiß, dass ich Dauerfeuer auf ihn mache. Okay. Ich versuch A zu sammeln. Auch wenn ich meine, äh, zu 0 KD auf Spiel setze. Oh Gott, da ist einer. Wie sieht das denn eigentlich aus? Kann man eigentlich sagen, dass das denn eine gute KD ist? Weil das ist ja eigentlich eine 0 KD. Weil 0 mal 0 ist 0. Nein, ich hab... Fuck, nein. 0 zu 0 ist scheiße. Weil du keinen Kill gemacht hast. Ja, nee. Ich mein jetzt im Sinne von, wenn du 70 zu 0 hast, dann ist das doch gar keine KD. Weil du kannst das gar nicht ausrechnen. Das ist doch egal bei der Sache. Nein, das zählt nicht. 0 ist besser als 1. Aber 1 ist quasi das gleiche wie 0. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, von wegen 70 zu 0 ist 70. Aber 70 zu 1 ist auch 70. Ja, macht schon Sinn. Aber... zu 0 ist halt flawless, ne? Ja, ich versteh schon. Wobei man eigentlich nicht sagen kann flawless. Weil flawless heißt ja fehlerlos. Und besser geht's eigentlich immer. Ja, das ist wahr. Du hättest im Endeffekt nur einen Kill mehr machen müssen. Schon ist es besser als das vorherige. Ich komme zu Hilfe. Ich mach die Ableckung. Das ist gut. Zack. Ich bin Teamplayer. Und zwar B. Und nicht nur, weil es Punkte gibt. Lass mal auf B springen beide zusammen. Oh, du bist schon weg. Ja, gut dann... Oh, danke für den Assist. Warst doch du, oder? Hör! Nein, das war vermutlich eher, äh... Rackteil. Achso, okay. Ich bin draufgegangen. Ja, ne, ne, ich lebe noch. Ich hab B eingesand mit Like a Bose. Hm, hab ich schon draufgekommen. Verteidige jetzt gleich A. Ich, ähm... Es ist ein knapper Kampf. Wir führen doch oder... Hey, wir führen doch oder einfach nicht? Ja, wir führen. Oh, wir verlieren Bravo. Auf zu Bravo! Ich hab C. Nein, verdammt! Ich bin gestorben. Hast du C, oder hast du C nicht? Nein. Ich hab C, aber bin dabei gestorben. Ich hab ne Drohne. Nein, der lag auf dem Boden. Scheiße. Eins von diesen Hunter-Killer-Dinger. Auf B! Auf A! Nein! Jetzt hab ich die Drohne geworfen, ich Idiot. Ja, ich hab grad mein Dings eingesetzt. Mein, mein, äh... Wie heißt die Scheiße? Dieser Blitzschlag. Der Blitzschlag. Ich hab... Oh, ich hab meinen gerade noch als Dingens. Als... Speziell. Warum hab ich eigentlich einen Blitzschlag? Warum hab ich... Achso, klar. 13 zu 3, Junge! Was ist los mit mir, hä? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht bei dir, Mann? Ich hab meinen Blitzschlag noch! Wuh! Na, mach du. Ist nicht einsetzbar für die nächsten 15 Sekunden. Im Alpha wird gesichert. Schnell. Auf A! Ha! Halles. Oh, sieh mal eine an. Schnell auf B! Auf B! Auf B! Das schaffen wir noch. Ah, oder auch nicht. Okay, ist B umkämpft. Wie? Es ist noch... Es ist noch normal. Ich glaub einnehmen. Verdammt! Ich hab ne Rakete erwischt. Hä, was ist los? Ein Blitzschlag. Mal gucken. Mal gucken. Oh, leck. Dragonfire Blitzschlag. Oh. Der Blitzschlag ist wirklich verdammt geil, muss ich schon sagen. Der ist echt richtig geil. Äh... Wo bist du grad? Bist du grad näher bei B? Okay, warte. Ich komm jetzt zu B. Wir sind bei C. Wir werden beherrscht? Wir werden beherrscht? A-C. Fuck. Okay, äh... Wollen wir zu B gehen? Ja, ich bin hinter dir. Direkt hinter dir. Oh fuck. Okay, warte. Ich weiß, genau in dem Haus wird einer sein. 100 pro. Oh! Hast du ihn? Nein, hast du nicht. Okay. Fuck. Ach, da warst du gar nicht, ey. Ich denke, der blaue Fall bist du. Dabei spielen wir ja mit mehreren Leuten. Äh, wir sind grade am verlieren. Wir brauchen A oder... Was ist da los? Boah, wir sind am gewinnen, Mann. Was geht bei dir? Ja, nein, wir haben zwei... Die haben zwei Flaggen. Das heißt, wenn's so weitergeht, haben wir verloren. Ach so. Ähm, warte mal. Ich... Können wir uns bei A treffen? Beziehungsweise bei... Doch bei A? Ich bin grade bei C gespawned. Also, das könnte ein bisschen länger dauern. Aber ich kann außen rum rennen. Warte mal. Ah, warte. Wir verlieren B. Ach, wir haben grad B gesammelt. Das ist auch nicht schlecht. Der Feind hat B. Wir haben B wieder verloren. Fuck. Hä? Ich hab einen Doppelabschuss. Mann, wir sind echt unbeholfen. Ach, guck mal, kam da. Bist du bei A, bei B oder bei C? Äh, ich bin jetzt grad auf dem... Ich bin tot. Ich brauche eine schnellere Klasse. Warte. Äh, wir haben B. Das ist perfekt. Den hab ich grad eingesammelt. Verdammt. Nein, nein. Böser Junge. Ah fuck. Wie hab ich gerade drin? Wir verlieren B. Ich treff ihn aber auch nicht, ne? Fuck. Der sitzt da ganz umbeholfen auf B und ich krieg ihn nicht. Like a slut. Wo bist du? Äh, ich bin jetzt grad bei B und da ist einer und ich komm nicht weg. Was? Wo kam Aang jetzt her? Ey, ich hatte so ne gute KD und jetzt verkack ich sie. Fuck. Wir verlieren B. Ja, irgendwie sind jetzt ein paar von unserem Team in der Gegner schon gewechselt, weißt du? Weil... Naja, die Typen einfach nur... Ich glaube, es liegt an den Seiten, ganz ehrlich. Ich glaub, unser Spawn ist jetzt viel behinderter als vorhin. Hatten wir also eine Glücksseite. Naja, deswegen spielt man jetzt von beiden Seiten. Gerade damit's halt fair ist. Ja, ich geh schon. Dauerfeuer. Oh oh. Mist, egal, hab ne Drohne. Was hab ich hier noch? Ich nehm mal hier Unterstützungswaffe, Digga. Dickes MG. Ich bin erstmal direkt so mit diesem Hinlegesprung erstmal so direkt durch Ding durchgejumpt durch... äh... A. Okay. Boah ey, diese Hammer, die ist ja echt voll overpowered. Wir verlieren C. Boah, wir verlieren C. Scheibe! Der Feind hat Charlie eingenommen. Ey, aber das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn wir jetzt wieder bei A sind, dann spawnen wir wieder auf der alten Seite. Dieser Hammer-Typ, gib mir der auf den Arsch! Ja, die Hammer ist geil, ne? Außer halt, sie wird irgendwie nicht verwendet. Verstehe ich schon, ja, ja. Ja, ja, ja. Wo ist... Hä? Oh geil, ich renne direkt mit ihm vorbei, ich Idiot. Äh, hier, wir brauchen langsam echt, äh... B oder C. B, vorzugsweise B. Mann, hört doch mal auf zu campen wie die Nutten. Das war ja, das war ein heftiger Blitzschlag. Ich bin eingeschlagen. A von Kummer und ich rennen nach B. Wie ein Blitz? Bravo wird gesichert. Okay, warte, bin auch unterwegs nach B. Komm, aber von hinten. Warte. Warte, ich geh schon mal rein. Fuck. Direkt hat er da gecampt. Bravo wird gesichert. Ja. Ja. Komm schon. Ja, das gibt's doch nicht. Oh fuck. Meinst du, die schaffen das, sind so viele Punkte? Ja, die könnten sich... Obwohl, ich weiß es nicht. Könnte von der Zeit her jetzt knapp werden. Könnte schwierig werden, ja. Also für uns jetzt. Ja, das geht. Komm, sammel schnell noch Zehren oder so. Irgendwas musst du machen. SC wird gesichert. Ich komm... Ja, durch bin ich durch. Warte. Hab C. Huh. Ja. Das war knapp, das war knapp. Oh, Ratzteil, guck mal wie er abgeht. Egal, ich hab sieben Eroberungen und fünf Verteidigungen. Ja. Khammallah, khammallah. 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 Das war doch schön. Ja. Warte mal, sind die beiden hier gerade noch beschäftigt? Ne, warte mal. Zur Konferenz hinzufügen. Zur Konferenz hinzuf... hinzufügen. Mal gucken, vielleicht gehen sie da ran. Ich rate mal eher nein, aber egal. Hallo. Hallo. Hi. Moin. Hallo, Baum ist... Ach, scheiße. Ich bin... Ja, fuck.